West-Berlin Ich hab noch nie woanders gewohnt Wieso auch? Hier gibt es alles, was man braucht Meine Noten gehen für mich arbeiten Ich bleib nur zu Hause Mit einer Ausnahme Manchmal gehe ich U-Bahn fahren U-Bahn fahren U-Bahn fahren Nur so ist Spaß U-Bahn fahren Egal ob die Sonne scheint oder der Mond Meine Noten sind loyal 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 Meine Noten Gehen für mich durch die Hölle Ist es dein Scheiß-Shop für meine Noten Spielen mit der Kamera Daffüse Fick sie Fick die Kamera Lass dich von der Kamera ficken Fick sie Das war schon ganz gut Aber es geht besser Jetzt einmal ohne Pelz Bitte Wie ohne Pilz? Na ja, ausziehen und dann machen wir das nochmal. Nee, das haben wir nicht ausgemacht. Ja, was heißt? Bist du nackt oder was? Das mach ich nicht. Ja. Das ist ja kein scheiß Porno, Alter. Was ist dabei? Was ist dabei? Ich bin noch nicht nackt in deinem scheiß Musikvideo. Willst du mich verarschen? Ach jetzt komm, hab dich nicht so. Ey, ganz ehrlich? Spinnst du? Ich kriegst doch hier nicht nackt auf dem Fußboden rum an. Für ein Musikvideo, Alter. Willst du mich verarschen? Weißt du was? Früher hab ich gedacht, irgendwie, deine Frauenfeindlichkeit ist für ein Witz oder so. Aber dieser ganze Scheißtag hier. Du bist so ein... Du bist in echt ein wirklicher Frauenfeind. Du bist richtig Frauenfeindlich, Penner. Meinst du, ich zieh mich jetzt hier für dich aus, oder was? Spinnst du, Alter? Guck mal, wie ich aussehen wie eine scheiß Nutte. Du bist so ein Wichser. Ach ne Scheiße, du bist kein Mensch, Mann. Du bist ein Scheißtier. Nee, 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 nee. Das war ich nicht. Verstehst du keinen Spaß, oder was? Was soll denn das für ein Spaß sein? Es ist kein Spaß. Und weißt du was? Ich geh jetzt nach Hause. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und wenn eine einzige verfickte Sekunde von diesem Material irgendwo auftaucht, dann bist du tot, Alter. Dann verklag ich dich auf deinen letzten verfickten Cent. Und ich schaff das. Komm her. Ich schaff alles, was ich will. Okay? Mein Freund. Und jetzt macht euch einen schönen Abend ohne mich, Alter. Ich hab's. Hackt. Ey. Was war denn das jetzt hier? Hast du das alles gefilmt? Ja. Vor Anfang an? Mhm. Ich gönne Ihnen keinen freien Tag. Weil ich es mag. Geh ich auch shoppen. Bei Amazon. Ja. 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 Noten!